Hey zusammen, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Ich habe gerade eben mein Deck relativ stark überarbeitet und ich werde jetzt einfach mal gegen... David's here kämpfen um euch vielleicht... Nein! Oh nein! Nicht gegen Jaden! Wollte ich doch gar nicht! Na egal, den habe ich doch glaube ich schon mal gefickt, oder? Also im Sinne von töten. Nicht das, was ihr denkt. Und auch cool, ich habe zweimal eine Karte bekommen, die ich total mag. Die ich auch eigentlich in meinem echten Deck drin hätte, wenn nicht mittlerweile die neuen Karten so stark wären. Also mit neuen Karten meine ich jetzt die Karten, die von Grund auf 2000 ATK haben, ohne dass man irgendwie Monster opfern muss. Und da sehen wir schon die erste neue Karte. Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn dein Gegner einen Angriff deklariert. Wähle ein offenes Monster auf deiner Spielfeldseite. In diesem Spielfeld kann ein Gegner nur das gewählte Monster angreifen. Ist halt recht geil, wenn ich ein sehr starkes Monster auf dem Feld habe. Und nehmen wir halt noch so ein paar Lappen. Gut. Setz mal auf. Du bist dran! Los, Jaden! Juckri! Oh nein! Oh, jetzt bekommt jedes Monster, was mich angreift, 5000 ATK dazu. Das ist so ekelhaft. Das Ding hat auch gerade keine Angst, mich anzugreifen, Herr Penner. Oh! Gut, dass ich die Karte habe. Zack! 500 ATK mehr. Bin stärker als du. Und du stirbst. Tschüss! Ja, was bleibt mir anderes übrig, ne? Oh, cool! Direkt mal verdeckt legen, falls er gleich wieder mit irgendeinem Hurenmonster kommt. Angriff! Eigentlich ziemlich dumm. Okay. Aber trotzdem dumm. Ich hätte eigentlich nur ein stärkeres... Äh, was heißt ein stärkeres? Hier das ATK-Monster aus dem Feld holen sollen. Dann hätte ich nämlich zweimal angreifen können. Aber habe ich gerade immer nicht dran gedacht. Och, komm! Fuck off! Oh, Schrumpfen, cool! Eine Schnellzauberkarte! Halbiert sich erstmal die ATK des Gegners. Ich glaube, die werde ich ewig im Deck haben. Ist richtig geil. Angriff? Alter! Was? Habt ihr doch 30 mal im Deck. Aber bin ich echt froh, dass es da eine Begrenzung gibt, ey. Oh. Was holt er denn? Oh. Oh, hätte ich gar nicht tot gekriegt. Ist der doof. Hätte ich gar nicht aktiviert, die Karte. Oh nein! Tja! Stirbt wohl der Monster, ne? Du Arsch! Du Hude! Ja, klar. Oh. Ja, das kann ein lustiges Duell werden. Echt. Ich will meinen Mahavailo haben. Komm schon. Nein! Oh. Na, egal. Alle Monster tot. Und wir kriegen neue Karten. Jetzt Mahavailo kommt. Alter, nein. Nein! Habt ihr gesehen, was der gezogen hat? Der Hurenbastard. Och, nee. Och, Gott. Nein! Alter, das ist so OP. Auch noch im Angus-Modus. Geil. Komm. Tu es nicht. Mach es nicht. Ich sehe schon. Komm. Nein, er macht es nicht. Cool. Wie doof. Ich hätte doch jetzt nicht so viele Karten gespielt. Äh. Äh. Ja. Opfer ich den. Ja. Zack. Effekt aktiviert sich. Geht in Verteidigungsmodus. Und ich kann... Angreifen. Oh nein, Batman ist zurück. Oh nein, er kann wieder ein neues Spee holen. Oh. Fuck off, man. Fuck off. Angriff. Ziehe ich dir halt Lebenspunkte ab. Habe ich kein Problem mit. Jetzt war nicht die Welt, aber... Immerhin etwas. Scheiße. Na, egal. Komm ich ein bisschen schaden. Und du bist dran. Ist der doof. Der wird doch niemals seine... Seine... Äh... Seinen Sturm. Seinen schweren Sturm spielen. Jetzt wo er 3 K'n auf dem Feld hat. Der ist doch vollkommen verblödet, der Spacko. Oh. Yeah. Hol ich mir direkt mal 2 aus meinem Friedhof wieder zurück. Auf die Hand. Cool. So ist geil. Da habe ich doch weniger Monsterprobleme, als ich jetzt gedacht hätte. Hm. Warte, mach die ATK. Ne, ne, beides. Sauber. Jetzt lass mich einmal Glück haben mit der Karte. Hä? Och, das geht... Warum geht das denn jetzt nicht? Nur wenn ich angegriffen werde, oder was? Oh, nein. Na, okay. Dann nicht. Super, echt. Na, solange es nur so wenig Schaden ist, ist alles okay. Das ist ja total kacke. Ich kriege das Vieh nicht tot. Oh, jetzt schon. Nice. Tja. Was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Ich könnte eigentlich auch nur das machen, aber dann habe ich Angst. Dann kann er nämlich gleich... Einfach alles... Finde ich... Oh, so hätte ich es aktivieren können. Ups. Na, egal. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Falls drauf. Obwohl, vielleicht hat er da ja nochmal ein 2000er-Monster. Scheiße. Er darf eine Karte ziehen. Angriff! Ah, cool. Direkt Angriff auf deine Lebenspunkte, Jaden. Müsste eigentlich durchgehen. Ja. Denn ich glaube, sonst hätte der schon länger was dagegen gemacht, dass ich ihn hier gerade fick. Und das ohne Mahavailo. Ich dachte, ich triumphiere jetzt sehr episch mit Mahavailo. Aber ich habe ja noch nicht mal eine Verstärkerkarte gezogen. Also eine richtige. Ah, Mahavailo. Hallo. Toll. Und wie kriege ich jetzt Platz? Super. Ich könnte es jetzt eigentlich beenden, oder? So rein theoretisch. Ja, komm. Gehen wir auf Nummer sicher. Zack. Alle Karten zurück auf die Hand. Ach, stimmt. Sogar der Effekt ist weg. Cool. Äh. Das setzen wir vielleicht noch. Der Riss muss ich ja nicht spielen. Sechs Karten darf man noch vorhanden haben, glaube ich. Was hast du da noch? Ah ja. Aber dann setze ich den auch noch. Ist ja egal, wenn er futsch geht. Machen wir nämlich so. Noch mehr TK! Gehen wir auf Nummer sicher. Greif mit dem richtig starken Vieh an, was unnütz war. Was passiert jetzt? Oh, keine Ahnung. Alter, der viele Karten. Aber ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Ja, klar. Ha! Gewonnen. Na, was sagst du jetzt? Hauptcharakter aus der Scheiß-Serie. Ja, komm. Heul doch. Guck mal, mit dem schwachen Monster. Mit dem schwachen Monster fick ich dich. Du Hure. Du gewinnst. Sechshundert Punkte. Oh ja, so mag ich das. Willkommen, lad doch. Mist, ich habe verloren. Lass uns noch mal spielen. Nee. Gegen dich nicht. Gegen dich nicht. Na, gibt es hier irgendwelche neuen Karten, obwohl ich schon von einer Stunde bei dir war? Mal gucken. Vielleicht kam der Lieferant ja von hinten. Wer weiß. Weißt du, warte, ich komme jetzt einfach noch welche davon. Denn ich glaube, daher habe ich auch mal Havailo. Bin ihm jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, ich würde ja passen, ne? Da steht zwar enthält Ausrüstungskarten, aber kann ja sein, dass da trotzdem Monster drin sind. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah. Alter, was haben wir hier für eine Scheiße bekommen? Was für eine Kacke. Ja, da sind wir uns dabei. Ich will aber Marvailo. Ach komm. Oh, Megawandler. Oh, das ist eigentlich richtig geil, aber... Nee. Also da, soweit ich weiß, wenn ich weniger ATK habe als der Gegner, dann Lebenspunkte habe als der Gegner. Dann bekommen, äh, bekommen wir uns da doppelt so viel ATK. Soll ich eigentlich mal kaufen, ne, das hier? Naja, obwohl immer nur Effektsachen zu kaufen ist jetzt auch nicht so klug. Ich weiß nicht. Wir könnten nochmal im nächsten Part probieren. Genau, wir können eigentlich nochmal probieren, gegen so einen richtig krassen zu kämpfen. Wenn ich es nicht vergesse, machen wir das auf jeden Fall. Gut, wenn ihr etwa den Papp bewerten könntet, wir sehen uns da morgen, wahrscheinlich um 14.30 Uhr. Beim nächsten. Tschüss. Ja.